Am 14. Februar titelte die Frankfurter Allgemeine Zeitung Putin nützt die Flüchtlinge als Waffe. Die FAZ zitiert hier, was der US-Senator John McCain am letzten Wochenende auf der Münchner Sicherheitskonferenz äußerte. Die FAZ weiter Für den Hardliner John McCain hat Putin nur ein Ziel, den Westen zu spalten. Bezeichnenderweise gebrauchte am 10. Februar, also zwei Tage vor Beginn der Münchner Sicherheitskonferenz, der US-amerikanische Multimilliardär George Soros auf seiner Internetseite projectsyndicate.org fasst dieselben Worte wie McCain. Soros schreibt folgendes, Zitat Laut Soros löse Russland die immensen Flüchtlingsströme aus, weil es angeblich immer wieder Luftangriffe auf die Zivilbevölkerung in Syrien fliege. Wie sind nun die Vorwürfe McCains und Soros gegenüber Putin zu bewerten? Erstens, die massiven Flüchtlingsströme begannen schon im Jahr 2014, also zeitlich gesehen weit früher, bevor Russland durch Bombardements in den Syrien-Konflikt eingriff. Das Flüchtlingswerk UNHCR gibt Ende 2014 bereits die Zahl von 3,88 Millionen geflohener Syrer an. Zweitens, die seit langem andauernde militärische Eskalation im Nahen Osten kann maßgeblich auf die Aktivitäten der US-Administration und deren Hintermänner zurückgeführt werden. Dazu zählt der Aufbau, das Training und die Finanzierung der islamistischen Terrorgruppe IS durch den US-amerikanischen Geheimdienst CIA. Die US-Regierung hat selbst zugegeben, dass das eigentliche Ziel der Anti-IS-Koalition gar nicht die Terrorgruppe IS, sondern Syrien an sich ist. Somit hatte die US-Administration mit ihren jahrelangen Bombardements Syrien mehr geschadet, als dass sie die Terrorgruppe IS wirksam bekämpft hätte. Genau dies hat dann hauptsächlich die syrischen Flüchtlingswellen ausgelöst. Drittens, dem US-amerikanischen Finanzspekulanten George Soros ist nachzuweisen, dass er bereits seit 2005 die Migrationsströme nach Europa fördert. Dies geschieht über sein globales Medien- und Stiftungsnetzwerk von zwölf superreichen vorgeblichen Demokratisierungsstiftungen. Soros stellte die Forderung auf, dass die EU für die absehbare Zukunft eine Million Asylsuchende pro Jahr zu akzeptieren habe. Pro Asyl wird als deutscher Arm der Open Society-Stiftungen angesehen, über den Soros die Migration nach Deutschland fördert. Viertens, auf den Vorwurf des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán gegenüber Soros, das Feuer zu schüren und durch die Flüchtlingswelle Europa schwächen zu wollen, nahm Soros folgendermaßen Stellung. Orbáns Plan betrachtet den Schutz der Landesgrenzen als Ziel und die Flüchtlinge als Hindernis. Unser Plan hingegen betrachtet den Schutz der Flüchtlinge als Ziel und Landesgrenzen als Hindernis. Laut Dr. Michael Vogt, Journalist und Professor an der Universität Leipzig, hat Soros mit dieser Äußerung erstmals die Katze aus dem Sack gelassen. Professor Vogt sagte in einem Vortrag weiter, Wir haben hier zum ersten Mal Klartext, dass es darum geht, Landesgrenzen und das heißt natürlich, nationale Identitäten zu desavouieren, sprich abzulehnen, zu zerstören, zu beeinträchtigen und dass das ein erklärtes Ziel eines Sechs-Punkte-Plans ist. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass sowohl US-Senator McCain als Repräsentant der US-Regierung als auch der Globalist Soros dem russischen Präsidenten genau das in die Schuhe schieben wollen, was sie selbst gezielt eingefädelt haben und auf skrupellose Weise umsetzen, nämlich die Auflösung nationaler Identitäten und Grenzen und die totale Schwächung und Destabilisierung Europas mittels immenser Flüchtlingsströme. Auch Europa soll genauso wie bereits der Nahe und Mittlere Osten sowie Nordafrika in Zerstörung und Chaos versinken und nach der eine Weltordnung als Rettung schreien. Diese wird die Völker jedoch nur in die völlige Abhängigkeit, Armut und Versklavung führen.